Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir haben Samstag und es gibt tatsächlich bei uns Eier bzw. French Toast. Ja, morgen wird es Pfannkuchen geben. Die Jungs haben beide nicht so den Appetit, aber essen jetzt Brezel. Ich denke, für beide ist es nämlich das Beste. Und deswegen gucken wir mal, wie es beiden morgen geht. Und dann werden wir auch so Pfannkuchen essen. Aber heute gibt es dann für meinen Mann und mich Eier. Ja, dir geht es gut, gell? Eine Depotbestellung ist gerade angekommen, zumindest ein Teil. Einmal haben wir diesen Teppich hier bestellt. Eine weitere Tischdecke. Dann die hier, dreimal groß, dreimal klein. Da kann man diese großen Blockkerzen draufstellen. Oder wenn man das Ganze umdreht, auch so Stielkerzen. Richtig schön, einfach in Durchsicht. Das passt dann immer. Eine nudefarbene, beigefarbene Tischdecke habe ich noch bestellt, aber mit so Fransen dran. Kann ich euch zeigen, wenn ich dran denke. Der Sammo hat es schon geschnappt und rübergebracht. Und diese Picknickdecke, diese große, runde, so altrosafarbene Picknickdecke mit diesen Fransen. Da habe ich jetzt noch eine zweite bestellt, weil die gab es ja nicht mehr. Ja, Schatzi, jetzt ist nichts mehr drin. Die gab es ja im Geschäft nur einmal. So, ich habe gerade alles hochgetragen. Das ist die Tischdecke. Die ist richtig schön, auch so einem richtig tollen Nude-Ton. Und dann halt mit so Fransen am Schluss. Ich fand die so schön online. Moment. Ich gucke gerade mal. Das ist die Artikelnummer. Tischdecke 60 mal, 160 mal 210, auch richtig schön groß. Und der Teppich. Ich weiß gar nicht, ob der noch irgendwo was dran hat, aber ich glaube nicht. Aber es gibt nur diesen einen. Der hat 50 Euro gekostet. Und hier nochmal die Picknickdecke. Die ist so, 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 so hübsch gerade mit diesen Fransen. Das sieht so nice aus. Ich weiß nicht, ob jetzt, schaut mal, 180 Durchmesser auch richtig gut. Und einfach Picknickdecke eingeben. Also ich wollte ja unbedingt noch eine zweite haben, weil wenn man dann zwei... So schönes Wetter. Nicht zu heiß, aber gerade warm genug. Sehr, sehr angenehm. Ja, ich wollte ja unbedingt eine zweite Picknickdecke haben, dadurch, dass die rund ist und nicht länglich. Gerade wenn man so eine Tischreihe macht, dass man dann halt zwei große Decken halt eben da hat. Das sieht, glaube ich, sehr, sehr cool aus. Also ich freue mich. Gestern haben wir die Nachricht bekommen, dass unsere Tische, wir haben ja diese niedrigen Tische bestellt, dass die verschickt wurden. Also ich habe Hoffnung, dass die am Montag kommen, kann aber auch theoretisch Mittwoch oder Donnerstag werden. Also mal gucken. Genau. Ich setze mich jetzt an den PC und werde mal Regale bestellen. Ein paar, weil so kann es hier nicht weitergehen. Das sieht ja schlimm aus. Also hier ist ja wirklich alles voll. Katastrophe. Das muss verräumt werden. Ich kriege die Krise. Das ist zu viel. Ja. Ganz kurzes Update von der Nacht. Der Samu hat komplett durchgeschlafen und der hatte heute Morgen aber wieder Durchfall gehabt. Und gestern ja den ganzen Tag gar nicht. Also morgens im Kindergarten hatte er eher wohl Durchfall und danach ja gar nicht. Den kompletten Tag nichts. Auch nicht in der Nacht. Erst heute Morgen wieder. Genau. Aber der ist fit. Der rennt, der macht der Tut und seine Nase ist auch besser als gestern. Genau. Bei Lias war es so, der hat sich, als wir ihn hingelegt haben, hat er sich eigentlich relativ schnell gemeldet. Achso, ich habe mich gestern von hier aus verabschiedet, gell? Ja, wir waren dann gestern, bin ich rüber. Wir haben zusammen Abend gegessen. Die Kids irgendwann ins Bett gebracht. Ich war dann duschen gewesen, habe mich auf die Couch gesetzt und dann hat der Lias sich eigentlich auch schon gemeldet. Und ich habe ihn dann Fieber gemessen. Da hatte er 40,3. Richtig krass. Also richtig, richtig hoch. Und dann habe ich ihm Fieberzäpfchen gegeben und Wadenwickel gemacht und so auf die Stirn und so ein bisschen halt so einen kalten Lappen. Hat er auch gesagt, das tut gut. Und dann habe ich mich zu ihm ins Bett gelegt und dann ist er auch auf mir eingeschlafen. Genau, habe währenddessen immer mal gemessen. Dann ist es wieder in den 39-Bereich gegangen. 39,37 oder irgendwie sowas, was immer noch unglaublich hoch ist. Ja, und er hat dann eine Zeit lang geschlafen. Ich bin dann irgendwann, habe versucht, so langsam wie es geht, aus seinem Bett rauszukrabbeln. Aber er ist wach geworden. Und war dann eigentlich auch wieder so wach. Also er wollte nicht liegen bleiben. Und dann ist mein Mann hochgekommen. Und da haben wir nochmal Fieber gemessen. Dann war es auch irgendwie 39 irgendwas immer noch. Und dann ist mein Mann bei ihm liegen geblieben. Und da ist er wieder eingeschlafen. Und als mein Mann dann aufgestanden ist, ist er aber auch wieder aufgewacht. Und ja, dann sind wir aber beide aus dem Zimmer raus. Haben Nachtlicht angemacht und die Tür so ein bisschen offen gelassen. Und dann ist er aber wieder eingeschlafen. Und zwar eine ganze Zeit lang. Also einige... Nee. Dann ist er nochmal auf Toilette. Genau. Aber dann ist er eingeschlafen. Und zwar echt einige Stunden. Also er hat sich dann wirklich erst in den frühen Morgenstunden wieder gemeldet. Ich weiß gar nicht. Um 3, 4 Uhr oder irgendwie sowas. Und ab da war er dann aber auch so gut wie wach. Wir haben ihn dann zu uns ins Bett geholt. Er lag dann bei uns mit im Bett. Und hat sich immer wieder dann halt rumgedreht. Und Aua gesagt und so weiter und so fort. War sehr, 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 sehr warm gewesen. Die ganze Zeit habe ich ihm halt immer wieder kühle Lappen und so weiter gemacht. Das hat auf jeden Fall auch was gebracht. Weil so war er nicht mehr so heiß. Er ist ein bisschen abgekühlt. Ja, Samu. Das sind mehr Jungfrauen. Nicht in den Mund nehmen. Ja, auf jeden Fall habe ich ihm dann heute Morgen gegen 7 Uhr oder so war das gewesen, nochmal ein Zäpfchen gegeben. Weil er dann halt wieder wirklich im 40er Bereich gewesen ist. Und kurz danach, ich glaube so eine halbe Stunde nach dem Zäpfchen, haben wir gefrühstückt. Und seine Temperatur war ja gestern die ganze Zeit im gelben, meistens im roten Bereich. Ab und zu mal im gelben, aber eigentlich im roten Bereich. Und jetzt ist sie gerade im grünen Bereich. Er hat aktuell keine erhöhte Temperatur, geschweige denn Fieber. Also richtig, richtig gut. Bin mal gespannt, wie lange es anhält. Gestern war es ja so gewesen, wenn ich ein Zäpfchen gegeben habe, dass er meistens dann im gelben Bereich war. Also nur erhöhte Temperatur. Und dass er dann geschlafen hat. Und nach dem Schlafen, also nach ein paar Stunden, war er dann wieder im roten Bereich. So war es halt, ist gestern die ganze Zeit gegangen. Pingpong hat es gespielt. Und jetzt ist es das erste Mal, dass er im grünen Bereich ist. Also we will see. Wir sind auch die ganze Zeit dabei, halt ihn, ja, dass er also Wickel, also so Wadenwickel hat. und die Stirn immer gekühlt bekommt und so weiter. Aber jetzt gerade, nach diesem Zäpfchen, was er jetzt heute früh bekommen hatte, der Samu macht hier nur Blödsinn gerade, wollte sich die Kamera schnappen. Wir haben ja hier so eine professionelle Kamera, um Fotos zu machen. Aber ich finde, die Handys heutzutage machen echt gute Fotos. Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Der Sattel hier ist jetzt gerade wirklich fit. Der hat gegessen und der hat, wie gesagt, im grünen Bereich keine Temperatur, gar nichts. Also mal gucken, wie sich die nächsten Stunden oder auch der Tag entwickelt. Der Teppich ist echt schön. Den hätte ich am liebsten in drei oder vierfacher Ausfertigung, aber 50 Euro ist schon stolzer Preis. Aber ich muss sagen, ich war ja gestern im Action gewesen, da gibt es solche Teppiche auch. Wirklich relativ die gleichen. In rund, in länglich, eckig, was weiß ich, alle möglichen Formen, Farben. Aber das sieht man, dass die halt nur, ich glaube, die kosten dazwischen, ich glaube, da gibt es schon welche für 15 und dann, ich glaube, die teuersten waren 30 gewesen. Das sieht man aber auch. Überall gucken Haare raus und dann ist es nicht so, wie hier, so ein einheitlicher Ton, sondern da gibt es dann Töne, die sehr hell sind und dann wieder fast schon ins Dunkelbraune gehen und ja, ich habe die mir gestern nämlich auch angeguckt und dachte mir so, sollst du, sollst du nicht und dann habe ich die ausgerollt und dachte mir, nee, das sieht echt nach nichts aus. Das bringt überhaupt gar nichts. Deswegen so, so viel dazu. Das war unsere Nacht oder unser Morgen und ich werde jetzt mal, glaube ich, anfangen, meinen heutigen Block zu schneiden. Dann habe ich das schon mal hinter mir und mal gucken, was ich heute hier so dekorieren kann. Ich würde gerne weitere Sachen noch machen, weil unter der Woche ist immer so ein bisschen schwierig. Das ist, da ist immer so viel los und da kriege ich es nie so richtig gebacken beziehungsweise ich hoffe ja, dass nächste Woche, was heißt, ich hoffe, nächste Woche kommen ja die Tische und dann will ich echt loslegen. Ich habe so, so Lust, diese Tische zu dekorieren. Könnt ihr euch gerne vorstellen. Also richtig, richtig nice. Ich freue mich richtig drauf. Ja, so viel dazu. Ihr Lieben, ich melde mich später wieder. So, ich liege hier immer noch in meinem Pyjama. Nachthemd. Ich habe jetzt hier draußen mein Video geschnitten. Es war nämlich ein bisschen laut drin, der Turbulent. Lias geht es weiterhin immer noch gut. Wir haben mittlerweile 20 vor eins. Wow, ich sollte echt jetzt langsam mal Mittagessen machen, aber wir haben so spät alle gefrühstückt, dass das jetzt noch gar keinen Sinn gemacht hätte, wirklich pünktlich um zwölf oder sowas irgendwas zu machen. Aber jetzt so um eins wird es dann mal soweit sein. Ich gehe davon aus, dass ich meinen Vlog heute mehrmals schneiden und hochladen muss, weil das der Vlog ist, wo wir auf dem Konzert waren und ich wollte da so ein paar Eindrücke einblenden. Normalerweise ist es so, dass man bei YouTube bis zu 10 Sekunden was einblenden kann mit Musik im Hintergrund. Aber oftmals wird auch das blockiert, selbst wenn es nur 5 Sekunden oder sowas sind. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass ich heute mehrmals das Video löschen muss, dann schauen muss, welches der Szenen ist nicht in Ordnung sozusagen, das dann löschen muss. Manchmal ist es so, dass dann angezeigt wird, keine Ahnung, Szene 3 ist nicht in Ordnung, soll gelöscht werden oder verkürzt werden. Dann mache ich das und lade es hoch und denke mir, jetzt ist ja alles in Ordnung und plötzlich passt Szene 6 auch nicht. Also so, es ist immer so ein Ding, wenn man irgendwie was mit Musik hat. Aber mal sehen, wie oft heute es der Fall sein wird, dass ich das Video hochladen muss und bearbeiten muss, dass es dann irgendwann mal online gehen kann. Aber es geht, es ist ja noch früh, deswegen ich habe noch genug Zeit. Ich mache mich jetzt mal in die Küche, werde etwas zum Essen machen und dann hüpfe ich mal kurz unter die Dusche, wobei ich am überlegen bin, ob ich das wieder einfach abends mache. Das ist momentan so genial, wenn man sowieso über den ganzen Tag hier in der Sonne ist. Oh, da ist ein Kleeblatt, wie schön. Ne, ich glaube, ich gehe abends duschen. Aber ich werde mir auf jeden Fall mal jetzt irgendwas Kurzes, wobei ich liege hier so gefühlt heute Nacht. Ich werde mir mal einen Spaghetti-Träger oder irgendwie sowas anziehen und eine kurze Hose und dann werden wir mal Mittagessen. Der Samu macht dann sein Mittagsschläfchen und meine Schwester muss auch gleich in den Nebenjob und dann mal gucken, wenn mein Mann und mein Lias, oh Gott, der Lias und mein Mann sich irgendwie ein bisschen beschäftigen. Dann werde ich vielleicht mal gucken, ob ich irgendwie was dekoriert bekomme oder so. Mal gucken. Ich bin gerade so faul aufzustehen. Egal. Weiter geht's. Hello, ihr Lieben. Dann melde ich mich mal wieder um Viertel Nacht. Läuft bei mir. Ja, Miami. Ich mache mir gerade Essen warm, weil ich konnte heute Mittag nicht so wirklich richtig essen. Ich habe zwar schon gegessen, aber das Essen war schon kalt gewesen und jetzt genieße ich es mal in Ruhe. Ich habe gerade noch den Rasen draußen gewässert. Mein Mann ist jetzt kurz draußen und dann werden wir gleich Film zusammenschauen. Bis dahin schaue ich mir eine Folge Manifest an. Oh, ich bin richtig verfallen, richtig schlimm. Ja, ich habe mich ja vorhin kurz vor draußen gemeldet und noch gesagt, ja, ist ja alles gerade toll mit Lias und so weiter und so fort. Dann bin ich reingegangen und keine zehn Minuten später hat er angefangen, wieder so Symptome zu bekommen. Also, dass er gesagt hat, ihm ist heiß und keine Ahnung was. Und dann habe ich ihm Fieber gemessen und er hat wieder von jetzt auf gleich richtig hohes Fieber bekommen. Also wirklich wieder über 39,5 und bis 40,3 war, glaube ich, das Höchste. Genau. Ja, und ich hatte ihm dann eine, was hatte ich ihm da gegeben? Paracetamol, genau. Und die hat einfach gar nicht gewirkt. Gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich wollte aber nicht direkt noch hinterher eine Ibo geben, weil meine Ärztin hat mir damals empfohlen, gerade bei Fieber ist immer gut im Abwechseln, also alle vier Stunden, vier, viereinhalb Stunden, Ibo-Zäpfchen und Paracetamol, einfach, dass man beide Wirkstoffe hat und die maximale Wirkung erzielt und so weiter. Und die, ich habe aber nur Paracetamol da mit einer kleineren Wirkung und Ibuprofen mit einer größeren Wirkung. Und ich habe die letzten Stunden oder auch gestern nur Ibuprofen gegeben und dachte mir so, ach, jetzt ging es ihm die ganze Zeit gut. Dann ging es wieder schlecht. Dann dachte ich mir, ah, vielleicht reicht einfach nur so eine kleine, also ein kleines bisschen was. Dann habe ich Paracetamol gegeben und es hat einfach nichts gebracht. Es war um ein Uhr gewesen und um vier Uhr war es dann immer noch wirklich richtig, richtig schlimm. Wir haben die ganze Zeit Wickel gemacht, der hat die ganze Zeit nur so rumgestöhnt vor Schmerzen und dann habe ich gesagt, so, es sind jetzt zwar erst drei Stunden her, aber dadurch, dass ich ja eine ganz, also das ist ungefähr die, also die Dosis von Paracetamol und Ibuprofen sind ungefähr die Hälfte. Und dann habe ich ihm noch was gegeben. Drei Stunden, dreieinhalb Stunden ungefähr dann später. Und dann ging es ihm auch schlagartig wieder gut. Also dann ist die Temperatur wieder komplett weggegangen im grünen Bereich bis jetzt. Toi, toi, toi. Das ist jetzt vier Stunden her. Mal gucken, wie die Nacht wird. Es ging ihm wirklich schlagartig wieder besser. Er konnte wieder essen und so weiter. In der Zeit, wo es so schlimm war, hat er auch viel geschlafen, aber total unruhig. Also mal zehn Minuten geschlafen, dann wieder wach gewesen, dann wieder halt eben gequengelt. Aber das Gute ist, er hat viel getrunken. Genau. Weil, falls jetzt jemand fragt, warum bist du nicht mit ihm ins Krankenhaus gefahren? Das Ding ist, ich war ja vor ein paar Wochen wegen der gleichen Sache mit dem Samu im Krankenhaus. Auch wegen erhöhter Temperatur. Nur bei Samu war es so gewesen, dass Samu weder gegessen noch getrunken hat. Er hat innerhalb von zwei Tagen irgendwie 120 Milliliter getrunken. Ich habe das ja bei ihm alles wirklich abgemessen, dass ich das mitkriege, wie viel er überhaupt trinkt. Und da hatte ich halt einfach die Angst gehabt, dass er irgendwie dehydriert und einfach zu wenig Flüssigkeit zu sich nimmt. Und im Krankenhaus war es dann so gewesen, dass die uns wieder nach Hause geschickt haben. Die haben gesagt, man kann halt eben nichts machen. Wenn man sieht, dass das Kind dehydriert ist, dann können die eigentlich nur, ja, also dem Kind Flüssigfett zuführen. Aber mehr machen die auch nicht im Krankenhaus, außer die Schmerzmittel geben, die ich hier zu Hause schon gebe. Und die machen da halt eben auch, können da auch nicht so viel machen. Bei so Fällen, wo es noch okay ist. Ich rede jetzt nicht von den Fällen, wo wirklich das Kind vorm Austrocknen ist und total die trockenen Lippen hat und so weiter. Davon, von diesen Fällen rede ich jetzt nicht. Und ich weiß, dass wenn ich mit dem Dias hingegangen wäre, dass die gesagt hätten, okay, wir können jetzt auch nichts machen, außer ihm Medikamente geben. Und dann geht es ihnen gut. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo es ihnen wieder schlecht geht, muss man halt die nächsten Medikamente halt eben geben. Ich versuche, das hier zu Hause nur einzuhalten, dass es so im Vier-Stunden-Takt ist. Wobei heute Morgen war es so gewesen, ich habe ihm was um sieben ungefähr gegeben und sechs Stunden später war es dann, dass es ihm schlechter ging und dann habe ich ihm erst wieder was gegeben. Also ich habe schon darauf geachtet, ihm erst was zu geben, wenn es wieder richtig schlimm halt eben wird. Ja, also deswegen sind wir nicht ins Krankenhaus gefahren, weil ich halt wusste, er fiebert. Er muss da jetzt durch. So ein Fieber haben die mir damals auch im Krankenhaus gesagt. Zwei, drei Tage ist normal, kann auch mal vier oder fünf Tage gehen, aber es sollte nicht länger gehen. Und das Kind soll halt genügend trinken. Das ist das Allerwichtigste, wenn man merkt, das Kind ist irgendwie total benommen und ist gar nicht mehr richtig ansprechbar. Und ein Zeichen ist zum Beispiel, dass die Lippen richtig trocken werden. Das ist dann halt eben Alarmstufe. Aber ja, also so wie ich es jetzt halt eben eingeschätzt habe, sind wir halt nicht ins Krankenhaus gefahren. Genau, ich denke, das muss man dann auch ganz individuell schauen, wie es dann halt eben ist. Wie gesagt, bei Samu habe ich damals so entschieden, dass wir ins Krankenhaus lieber gehen, weil er halt nicht getrunken hat. Und selbst da haben die uns wieder nach Hause geschickt. Also deswegen, ich wusste, dass die uns wieder heimschicken und ich wollte es dem Lias gar nicht antun, ihn da zu quälen, irgendwie fünf, vier, schmuten nach Frankfurt hin, dass sie ihn da untersuchen und uns wieder nach Hause schicken. Also ja, genau. Ja, aber wie gesagt, ich habe ihm dann um vier Uhr nochmal das stärkere Zäppchen gegeben und dann ging es ihm wirklich, eine Viertelstunde später ging es ihm wieder gut, die Temperatur ist runtergegangen. Dann ist er auch aufgestanden, hat gesagt, er möchte was essen und dann hat er erst mal Mittag gegessen und dann war alles super gewesen. Also wirklich alles super. Ich habe jetzt auch, die waren dann beide auch so fit endlich mal, dass ich beide abduschen konnte. Ich habe erst mal alle beide geduscht, dann haben sie Abend gegessen und jetzt, wo sie im Bett waren, bin ich selber mal duschen gegangen und Haare gewaschen. Also es war wirklich heute, dadurch, dass er ja auch immer wieder zu einem kommt und das ist wirklich wie zehn Heizdecken und Wärmflaschen und keine Ahnung was. Also ich habe heute so, so, so geschwitzt. Es war echt krass gewesen. Also er ist so heiß gewesen. Diese drei Stunden zwischen eins und vier waren Katastrophe gewesen. Also die waren richtig schlimm. Joa, jetzt bin ich aber frisch geduscht und abgekühlt durch die nassen Haare und werde mich jetzt auf die Couch legen, auf meinen Mann warten und dann werden wir was zusammen schauen und einfach nur hoffen, dass diese Nacht besser wird als die letzte. Drückt uns die Daumen. Ich berichte morgen und ja, ihr Lieben, wir hören und sehen uns morgen wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.